ja hei willkommen mein name ist der niroll p und ich begrüße euch zurück zur let's play telt auf der serie in der letzten folge haben wir ja ein bisschen gekämpft und schon versucht die insel hier zu verlassen und ja wir haben die wahrheit über die bursseite herausgefunden von eisen und magilo und wir haben uns entschieden jetzt irgendwo anders hinzugehen weiter tieren uns kaputt sauen egal wie viele menschen sich dadurch irgendwie in dämonen verwandeln und so und ja gut gehen wir weiter wir gehen zu einem bekannten ort jetzt zurück vorher expedition stimmt mit einer so eingefallen ein mond steigen jetzt kann ich meinen pipi endlich weiterentwickeln ok wir möchten aber erst zum dem ding näher zu wo mein gott und wir schaffen hoffentlich wird wir sind da drüben rechts oder zum quadrat das hat er beim bruder fiat oder wat ok heute haben wir erst mal hier immer wieder so ein arena überhaupt nicht so aussieht wie aus telsprinzip hier kriegen wir hoffentlich noch mal gebacken der erste der war ja relativ easy haben wir jetzt wir haben eigentlich trinken und so ne ja hier ist die musik sehr friedlich zwar mit friedlich meine ich jetzt keine musik okay geht mir gefahrt was haben wir ja bestien vielleicht irgendwie sachen auslösen die gegen bestien aus effektiv sind aber ich habe mit jedem schon fast da kommt kommen anleitungen sehen hier kommt der neue platt ja am anfang klingt relativ einfach an und am ende sind auch einfach schnell so war doch wenn wir nur bestien gegner ok du glaubst man eigentlich mein eis angefangen pflegen und sie wollen eigentlich sehr gut trainieren und seine titel und so weit ist gekommen ich sollte vielleicht öfter machen ich habe heute für ihr das recht sehr schnell der kombin also wenn wir immer noch nicht mit grad von zweitens grad von magie zu sehen deswegen machen wir mal hier nicht nur jemanden finden jetzt hier kommen boden lässt so natürlich nicht jetzt habe ich 0 2 oder dennoch ist weg ich habe sie die ganze zeit gerade gesteuert und jetzt kein problem da war noch 22 treffer von meiner bestimmt acht von mir gewesen seine die schnelle betäubende nicht einfach nicht hin ja ich habe das reisen wird ja sehr lustig sein war damals die rolle nein die rolle 1 2 apel uns ja laune mehr nur auf damit naja die falsche serie ja und so sagt das ganze piaf antonio kommt kommt auch nicht ja oh hoi weil wir berücksichtigen ja ob er nicht meint er hatte auch eine zweite schon ja du bist mir toll warum fliegst du nicht in die luft super das ist noch einfach aber ja alle noch mal die rolle warum ich kriege mit ihm mal irgendwann boxkleidung da wird auch geil jetzt auch betont kommen wir ab jetzt sagt die sauberte kommen damit ich da war schon gleich so egal der tod gott habe ich einfach eine luftgeschleudern weg war ja da kommen ja ich muss sich trefft verdammt das gibt es doch nicht warum klappen das nicht ich habe mich immer noch er könnte mal voll geil titel farben mal ein zu einem ganzen partner machen wir da gibt auch der frau oder noch wie ich ihn fertig mache mit laffi naja wenn man nicht die fraz glaubst du gar nicht da war schon meine güte supermann hey 200 ding und zwar mit laufchen der windring gradienten puppe nix neues nix neues nix neues nix neues in hat schon jeder bollet gibt es nicht das war eine enttäuschende ich könnte jetzt noch mal reingehen super bandit ich habe einen titel gemeistert ist jetzt golden warum auch wir sagen ja 200 kämpfer wechseln 200 wenn auch nicht mal golden oder irgendwie so was machen ist irgendwie raus sprechen da aus der menge weiter dann gehen wir mal zum sex sondern auch schon lange mehr war schon klar da irgendwie katzen kommt nun die werden auch beste freunde kuchen sie 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 Was ist das? Oh, schön! Erleno ist immer wieder zu sehen. Meine Mutter. Das ist eine große Worte. Wenn man das sehen kann, dann wird es Zeit. Moana, sehen Sie? Ich sehe! Was ist das? Was? Moana. Schau. Oh, eine riesige Schmerz. Was ist das? Es ist ein riesiges Schmerz. Es gibt auch eine riesige Schmerz. Moana. Ich bin Angst? Ich bin Angst. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Das Schmerz war Gõige? Als Kind war es dann geflossen. Das Schmerz war ich. Ich kann mich nicht mehr schlagen, indem ich mich, und meine Eltern habe mich. Und meine Eltern haben mich geflogen? Die Eltern sind... ... und... Oh Gott. Wird es nicht weggegangen? Ich habe es noch einen Nachmittag. Das war das letzte Wort. Hu. Ich habe alles in die Grimord-Arte erfunden. Ich bin jetzt der Grimord-Arte. Ich bin jetzt zurückgegangen. Du hast alles. Du hast dich schockiert. Das ist etwas, was ich. Was ich nicht so. Du willst auch weg gucken können, Mann. Love is that. Was ich gesagt habe? Was es eher die Kräuter. Und ein bisschen ein bisschen. Wer be lieber wähle will sich einen Kräuter aus? Was es würde die Kräuter aus dem Kräuter aus? Wenn jemand oder jemanden mit dem, Kräuter aus der Kräuter aus ist wieder zu kaufen. Was die Kräuter? Das ist die Möglichkeit, die Menschen mit der Kraft und der Kraft und der Kraft und der Kraft. Moana Kurs 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 das wäre klar aber auch nicht zwei stecken also ist eine kleine augenfüße mit dem chef wer wird uns ja alle umbringen in nominats wiedergeburt hier verhindern welcher ja auch mehr oder wieder böse ist ne und leute töten wert um das zu erreichen wird sie andere leute Was ist das? Ich habe mich überrascht. Oh, das ist gut. Das ist ein Mann für die Vorwahrer der Vorwahrer. Aber ich weiß nicht, dass ich nicht nur die Vorwahrer der 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 Vorwahrer. Delib트� Manfred, der convert einen Mehrheiten aufhören war. Das stimmt genau. Der Woden ist ja un Departmentful der Vorwahrer. Wir nehmen zum Verein auf. logis und jacke eleanor ok noch unablaue dingen oder wegen der katzen gerade noch ein bisschen farblos ausfindig ja die blau ja kettig auch gut aus ah hi Das war's für heute. Das war's, aber das war's. Aber in der Folge, die ein Schuss auf die Schuss und die Schuss, die Schuss und die Schuss die Schuss und die Schuss die Schuss, die wir in der Welt haben. Was ist das für ein Schuss? Das ist ein Schuss. Es gibt auch ein Schuss. Aber es ist so, weil es Das war's für mich. Ich bin von der Karte und der Karte. Ich bin von meinem海賊, die die Leute auswählen. Die Leute sind alle auf der eigenen Karte. Die Leute, die zu spüren, die zu probieren und zu versuchen, die zu sterben. Die Leute, die zu sterben sind, die zu sterben sind. Die Leute sind nicht nur ein paar Leute, die zu schmerzen. Ich bin der Fall, dass ich nicht nur ein paar Leute in den USA verabschiede. Ich glaube, es gibt eine gute Rolle. Ich bin ein paar Leute, aber ich habe keinen Sinn, dass ich nicht mehr so verabschieden. Ich habe es nicht verabschiedet. Ich bin ein paar Leute, was ich nicht verabschiedet. Was ich für den Van-El-Tiago? Ist das ja auch für die Macht der Valle? Das ist ja. Ich habe versucht, die Schmerz des Geistens zu beurteilen, und ich habe eine lange Zeit, die ich überrascht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das Piratenleben ist ein bisschen verkorkst und schön. Gott, wenn man noch irgendwas da ist, sogar noch irgendwas im Gasthaus nehme ich an, bin ich eigentlich hier, ja, wir warten, bis ich das so komme. Pengen wir uns essen, wir sind noch deutlich und was war jetzt jemand am essen denkt, der wird schon z.B. wieder nichts sagen. Ich weiß gar nicht, boah. Äh, ja. Boah. Ja, das war schon alt alles, ja. Das sind alte Geschichten. Oh nein. Bitte keine Steckbriefe. Ich will keine Steckbriefe, keine billig gezeichneten Steckbriefe sehen. Nur im Gasthaus ist Nowat anscheinend, ne, da kann ich nicht hin. Okay. Ich dachte. Gut. Ich nehme mal an, das ist im Gasthaus, oder? Ich gehe einfach mal pennen. Nichts gemacht, okay. Wow. ... ja aber ich gewartet dann shop shop gibt es was neues ich nehme an dich bernstein zeugs gibt es ja noch hier weg was mich jetzt mal ganz mit einlaufen eigentlich nicht aber kontakte zur unterwelt ja 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 Ah, auf einer Plastur, ey, oft quitschen. Oh, man. Musik 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 Ich weiß ja. Hatto? Was ist denn? Ich... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nur ein Hato. Ach ja, das war das ein Kreis und ein Schlaupt? Ein Kreis und ein Schlaupt? Oder was ist das? also schon lange er seit wir hier gewesen sind sind wahrscheinlich seid ihr noch genauso schwach aber wir sind noch nicht ein logis vezter verbreitung schnack verbreitung ko ob ich will noch ehrlich gesagt von stadt vor die stadt hier ankommen Ich weiß nicht, was ich gesagt habe, dass es aus dem Akvarrost-Klosenkaper, die in der alten Akvarrost-Klose sieden. Achtung von Akvarrost-Klose? Ich habe das erste Sprache. Ich habe das Sprache, die mit der Akvarrost-Klose krisen zu präten, in dem manchen die Sprache verwendet wird. Die Akvarrost-Klose sind im Hinblick auf den Ahn. Ich weiß nicht, dass ich in der Angelegenheit verwendet habe. er findet so eine unnötig komplexe schrift so die expedition ist zurück nichts neues hat es abgeschlossen dass ich mal gucken wie stark gesagt ihr seid aber bestimmt mal so stark wie wo schaffe 41 was normal kommt musikler vorhin haben wir ja noch mal da gibt es doch ich habe doch acht treffer also für mich sagen dass die treffer von den anderen jahr die ganze zeit kommen naja kommen oder mehr als zwei gedrückt halten da kommen wo gedrückt halten werden da kommen von acht treffern oder mehr ja ja mach ich doch wenn ich mal kommen künstlerinnen amphiburg klinge weg warum man ganz sehr schnell ihr seid nämlich mal an alle neuen an meinen sehen weil ich habe es ja ich kann wie mein ich sehe manche eine zu kommen bekommt sie nicht so wenig nur also kommt nur so wenig ab drei oder irgend so was reisen muss ja nicht mal ein wechseln er hat ja schon sein ziel ja wahrscheinlich auf jeden fall da irgendwie auf hin da werden ja meine standschuhe ja gut wenn dann schon du hast die ganze zeit noch sachen die du oder nicht wo ich ja locker jemand anderen gehen können dann schuhe und glaube ich keine männer ja fliegen und wie ich habe noch nicht bekämpft glaube ich mal jetzt so lange mit magie los verdammten mystik art krieger hallo nicht wir kommen Ja, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. ja auch keine mehr wenn ich mal gucken wir uns einsetzen muss mit eigenen charakteren namen legerin war gut ja schon wieder zu viel zeit hier verschwende mit jetzt nur da umgehen aber ich werde nicht wieder mit katzdienst hier bombardiert erst mal ich möchte einfach nur speichern dann gucken hier weg weg nur geweck verkaufte gut speichern und das mache ich auch zu geben dinge dauert noch oder wo ich sagen ich bin die part hier und wir sehen uns dann weiter in der nächsten folge verletzte details per serie ich hoffe euch alle packen wir können einen kommentaren lassen und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder schön